Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind in der Gebetswoche, zugleich ist es auch ein Gottesdienst. Es wird daher ein bisschen anders sein, weil es jetzt eine Mischung ist aus Gebetswoche und Gottesdienst. Und so möchte ich auch zunächst die Gebetsanliegen und einige Bibelstellen nennen und dann aber doch eine Predigt uns zum Sonntag mitgeben. Und danach werden wir uns auch Zeit zum Gebet noch nehmen. Ich möchte zunächst die Anliegen nennen, einige Bibelstellen und dann eine kurze Predigt. Das Thema lautet Gebet um geistliches Wachstum durch Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Bitte um ein geheiligtes und vorbildhaftes Leben der Gemeindeglieder. Bitte um Möglichkeiten und Mut zum Zeugnis der frohen Botschaft. Bitte um Bereitschaft und Liebe zur regelmäßigen, persönlichen, stillen Zeit. Dazu sind einige Bibelstellen uns vorgegeben und ich möchte jetzt nicht alle lesen, weil das zu viel wird, aber doch die wichtigsten. Fühlt aber eins, Vers 9 und 10. Hier schreibt der Apostel Paulus, Hier geht es um geistliches Wachstum, Reinheit, Unanstößigkeit. Dann das zweite Thema und Hauptthema auch jetzt in der Predigt wird sein, das Thema Heiligung. Und dazu lese ich 1. Petrus 1, Vers 16 und Kapitel 2, Vers 12. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Gott ist heilig und auch wir sollen heilig sein. Das heißt abgesondert von der Sünde, von allem Bösen. Und in Kapitel 2, Vers 12 steht da noch etwas konkreter. Führt einen guten Lebenswandel unter den Heiden, damit sie, worin sie euch als Übeltäter verleumden, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Der dritte Gebetsteil geht um die regelmäßige, persönliche, stille Zeit, dass wir uns Zeit nehmen, Gott anzubeten. Und auch dazu zwei Bibelstellen, Joshua 1, Vers 8. Lasse das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, sondern betrachte es Tag und Nacht, damit du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst weise handeln. Und im Psalm 5, Vers 4, die letzte Stelle jetzt. Herr, frühmorgens wirst du meine Stimme hören. Frühmorgens will ich mich zu dir wenden und Ausschau halten. Ja, die beste Zeit für die stille Zeit, für die Andacht vor dem Herrn ist der frühe Morgen, möglichst gleich nach dem Aufstehen, wenn es möglich ist, noch vor dem Frühstück oder auch nach dem Frühstück, weil der Tag hat dann so viele Ablenkungen bereit, dass man dann oft nicht mehr dazu kommt. Und so ist es gut, wenn die meisten noch schlafen, dass wir auch dann in die Stille gehen. Leider schaffe ich es auch nicht immer, aber wir sollten es, wenn wir es morgens nicht schaffen, dann vielleicht spät abends tun, aber dass wir einfach eine Zeit haben mit dem Herrn, wo wir nicht gestört werden von anderen Menschen, auch nicht innerhalb der Familie. Natürlich auch die Familienandacht ist auch wichtig, aber auch die persönliche Stille vor Gott. Und dann werden wir auch wachsen im Glauben und in der Heiligung. Und das ist auch das Thema, worüber ich jetzt doch kurz auch predigen möchte, über das Thema Heiligung. Wir haben ja gehört, 1. Petrus 1,16, Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Und in Jakobus 4, Vers 8 lesen wir, Heiligt eure Herzen. Viele stellen sich jetzt da katholische Heilige vor. Katholische Heilige, wie entstehen die, sage ich mal so? Die entstehen dann, wenn ein Katholik gebetet hat, zum Beispiel zum verstorbenen Papst, Johannes Paul II. Und dieser Papst dann, dieser als Geist, als Verstorbener ein Wunder in seinem Leben getan hat. Also es gibt jetzt wieder eine Heilung einer Nonne durch diesen Verstorbenen, Johannes Paul II. Und nachdem diese Nonne geheilt wurde, wurde Johannes Paul II. selig und später irgendwann wird er, oder ist er schon, oder wird noch heilig gesprochen. Das ist natürlich etwas, was aus dem Okkultismus, Spiritismus stammt, womit wir als Christen nichts zu tun haben sollen und was auch überhaupt nichts mit Heiligkeit zu tun hat, sondern im Gegenteil, mit dämonischer Besessenheit. Wer also zu Verstorbenen betet, begibt sich in das Gebiet des Okkultismus. Und in 5. Mose 18, Vers 9 folgen, es steht ganz klar, er sollt euch nicht wenden zu den Totenbeschwörern, Zauberern, Wahrsagern und all diesen Dingen. Aber genau das geschieht in vielen Sekten, etwa auch in der katholischen Sekte, dass die Menschen sich eben zu Wahrsagern und Verstorbenen, nicht zu Wahrsagern, aber zu Geistern von Verstorbenen wenden, zu Verstorbenen Päpsten oder anderen Dingen. Nun, das nur als Einleitung. Also das hat mit Heiligung und Heiligkeit nichts zu tun, im Gegenteil, das sind dämonische Dinge. Natürlich haben manche in der Kirchengeschichte auch viel Gutes getan, aber wir dürfen auf keinen Fall zu Verstorbenen beten. Das ist eben genau das Falsche. Heilig sind dagegen alle, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, alle, in denen der Geist Gottes wohnt, die Kinder Gottes sind, die Jesus angenommen haben, den persönlichen Glauben, alle diese sind oder sollten sein, abgesondert vom Bösen, von der Sünde in der Welt. Und das heißt Heiligung, abgesondert sein von der Sünde in der Welt. Nun wollen wir nicht auf die Menschen draußen schauen, sondern uns selber prüfen. Ich knüpfe hier an einige Gedanken auch des heimgegangenen Bruders Daniel Schäfer an, der eine sehr gute Schrift über Heiligung geschrieben hat. Das hat mir einige Anstöße auch gegeben, auch mich selber zu prüfen. Das möchte ich euch auch weitergeben. Der Bruder weist darauf hin, er ist schon lange beim Herrn, dass es leider viele gibt, die sich Christen nennen, aber die selber ein ungeordnetes Innenleben haben. Und wir wissen alle, wir sind nicht perfekt, aber wie sieht es aus in unserem persönlichen Leben? Ein Zitat von Spurgeon über die fromme Komödianterei oder dass man etwas nach außen vorspielt, was man innerlich nicht isst. Dazu hat Spurgeon geschrieben, Wenn man einen Misthaufen mit wohlriechendem Lamentelöl begießt, dann bleibt er dennoch ein Misthaufen. Oder ist es nicht so? Und wenn man ein der Sünde dienendes Innenleben mit frommer Dekoration und christlicher Hülle umgibt, dann bleibt es doch vor Gott ein Gräuel. Ein Gräuel. Das heißt, es geht um das Innenleben, das natürlich auch außen sichtbar werden soll, durch ein geordnetes Äußeres. Wir wollen nicht in den letzten Lumpen vor Gott treten, vor sein Angesicht. Wenn jetzt ein Bettler reinkäme, der sich keine Kleidung leisten kann, ist was anderes. Aber wir wollen Gott auch in unserem Äußeren die Ehre geben. Aber wichtiger ist das Innere, dass das Innere gereinigt und geordnet ist und das dann auch außen ausstrahlt. Viele Menschen kommen nicht los von ihren sogenannten Lieblingssünden. Es mag für jeden vielleicht etwas anderes sein, wo man abhängig ist, wo man süchtig ist, wo man keine Zeit für Gott verwendet, sondern für Dinge, die Gott nicht gefallen. Schon jede Zeit, die ich nicht einsetze für das Reich Gottes, ist verlorene Zeit, möchte ich einmal ganz klar sagen. Prüft euch, womit verbringt ihr eure Zeit, womit verbringe ich meine Zeit? Geht es nur um meine Unterhaltung? Lenke ich mich vom Wesentlichen ab? Habe ich keine Zeit für Bibellese, für Gebet, für Stille vor Gott? Liebe ich halb die Welt und halb Jesus? Geht es überhaupt? Ich denke nicht. Natürlich, wir haben es auch gestern in der Gebetstunde gehört, wir leben in der Welt, wir sollen auch hingehen zu den Menschen in der Welt, aber wir dürfen niemals gleich werden wie die Sünde in der Welt. Mit der Sünde in der Welt dürfen wir uns und wollen wir uns ja sicherlich auch nicht gleich machen, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind. Wenn wir uns vom Geist Gottes nicht mehr strafen, nicht mehr korrigieren und züchtigen lassen, dann stimmt etwas nicht in unserem Herzen. Wenn wir vor Gott davonlaufen, wenn wir auch die Gebetswoche scheuen und denken, hoffentlich ist die bald vorbei und ich muss da nicht mehr hingehen, dann ist etwas falsch in unserem Leben, sondern es sollte uns gerade hinziehen. Vielleicht kann man nicht jeden Tag, es ist kein Zwang, aber es sollte ein Sehnen in unseren Herzen sein, dass wir möglichst viel Gemeinschaft mit dem Herrn und auch mit den Geschwistern haben möchten. Wenn jemand ein ungeordnetes Innenleben hat, äußerlich vielleicht ein Gottesdiener, innerlich ein Sündendiener, dann merkt man das daran, dass die Freude nicht da ist am Herrn und am Wort und an der Gemeinschaft mit den Geschwistern, dass der Gottesdienst keine Lust, sondern eine Last ist, dass der Mensch ständige Niederlagen erlebt im Glaubensleben, keine Freudigkeit hat, kein Friede im Herzen ist, das Gewissen klagt vielleicht noch an, wenn man es nicht schon betäubt oder abgestumpft hat und man hat keine wirkliche Ruhe im Herrn. Auch die Heilsgewissheit ist dann nicht mehr vorhanden. Aber wenn wir wirklich diese Haltung haben, wie ein König David, der auch nicht perfekt war, der auch versagt hat, aber er hat ein bußbereites Herz gehabt. Das ist der Unterschied etwa zu Saul. Saul hat nicht Buße getan, hat nicht bereut seine Sünden. Im Gegenteil, er ist dann zur Hexe gegangen in Endor und hat sich dem Teufel praktisch geöffnet. Er hat nicht mehr von Gott dann die Antwort bekommen und auch nicht mehr gesucht, sondern ist dann im Selbstmord geendet. Das ist ein Beispiel für eine äußere Dekoration. Er hat auch Opfer gebracht, aber eigenmächtige Opfer. Samuel kam dann und hat gesagt, warum hast du nicht gewartet, bis der Priester Gottes die Opfer gebracht hat. Und so wurde er verworfen. Aber David, trotz seiner schweren Sünden, er hat etwa im Psalm 51 gebetet. Ja, all meine Missetat steht alle Zeit vor dir. In Sünden bin ich schon geboren. Vergib mir meine Sünden. Ich sage es jetzt mit eigenen Worten. Das ist gerade ein ganz wichtiger Bußpsalm, auch für unser Leben, wenn wir Sünde gefallen sind, dass wir von Herzen auch diesen Psalm mitbeten können. Hat mir auch schon manches Mal geholfen, auch der Psalm 51. Aber es muss von Herzen sein, nicht einfach heruntergeblabbert. Wie geschieht die Heilung dieses friedelosen Zustandes? In Hosea 14, Vers 5 lesen wir, so will ich ihr Abtreten wieder heilen. Gerne will ich sie lieben, so spricht der Herr. Gott möchte uns immer wieder einladen zur Umkehr. Er möchte uns zur Umkehr einladen. Wie wir gerade auch in dem Lied des Kindleins gehört haben. Und es geht sehr zu Herzen, wenn ein Kind das singt. Und ja, ich denke oft da, wenn ich solche Kinder höre, die Gottes Lob singen, dass Gott sogar Steine erwecken kann, die ihn loben. Wenn wir es nicht tun, dann wird Gott die Unmündigen und die Kleinen gebrauchen, sein Lob weiterzutragen. Gott will unser Abtreten, unser Versagen heilen. Er will uns erneuern. Es gibt eine reinigende, wiederherstellende Gnade, die Gott jedem anbietet, der mit ernsthaftem, bußbereitem Herzen zu ihm kommt, der wirklich von Herzen seine Sünden bereut. Und heute haben wir auch Abendmahl gefeiert, in der ersten Stunde, von neun bis kurz vor zehn. Und da ist es ja nicht so, dass einfach, wenn wir das Brot nehmen und den Wein trinken, die Sünde vergeben wird, sondern es hängt davon ab, dass wir wirklich von Herzen unsere Sünden bekennen, dass sie uns wirklich leid tun. Und wir auch den Herrn, und es ist mir immer ganz wichtig beim Abendmahl, ich auch innerlich bete, Herr, schenkt mir Kraft, der Sünde zu widerstehen, auch in der kommenden Woche. Natürlich dürfen wir kommen und bereuen, aber wichtig ist, auch in die Zukunft zu blicken und zu bitten, Herr, hilf mir, mach mich stark im Glauben. Ich lebe nicht in der Illusion, dass ich gar nicht mehr sündigen würde, dann würden wir uns auch selber betrügen und Gott zum Lügner machen. Das steht in 1. Johannes 1. Aber doch so, dass wir dem Herrn ähnlicher werden und weniger sündigen, dass uns die Sünde keine Freude macht, sondern uns ein Ekel ist und wir diese Orte und Möglichkeiten meiden, die uns zum Fallstrick werden könnten. Das gehört auch zur Heiligung. dieses geistliche Wachstum, dieses geistliche Wachstum, das zu meiden, was uns zum Fallstrick werden könnte. Es hat mal jemand gesagt, der Herr hat eine Gnade, die dir erlaubt, einen neuen Anfang in der Nachfolge zu machen. Und in Jesaja 55, Vers 7 steht, bei dem Herrn ist viel Erbarmen, ist viel Vergebung und er wird sich deiner erbarmen. Jetzt noch kurz, bevor wir beten, einige Hinweise, wie das ganz praktisch auch geschieht, dieser neue Anfang. Dazu gehört, dass wir aufräumen vor dem Herrn, das, was sündig ist, dass wir es ihm bekennen, dass wir auch vielleicht vor Menschen bekennen, wo wir aneinander schuldig geworden sind, dass wir auch da aufräumen, Diebesgut zurückgeben, Beleidigungen im Gebet um Vergebung bitten, dass auch da Vergebung und Versöhnung geschieht. Wenn wir jemanden verleumdet haben, das auch klarstellen. Vieles andere, was dazu gehört, wo wir jemanden hassen, beten, wenn uns jemanden verflucht hat, ihn segnen, nicht mit den gleichen negativen Dingen antworten, sondern mit dem Segen des Herrn. Klares Aufräumen vor dem Herrn. Weiter gehört dazu, dass wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Es ist ein Kampf. Es ist nicht so, dass wir einfach hier spazieren gehen und gerade so in den Tag hinein leben, sondern es ist ein geistlicher Kampf. Epheser 6 ist nicht umsonst geschrieben von der geistlichen Waffenrüstung, Helm des Heils, Schwert des Geistes, Schild des Glaubens und so weiter. Also wer ungewaffnet in den Tag geht, ohne Gebet, ohne Stärkung durch das Wort Gottes, er wird irgendwann erliegen. Und deshalb ist es wichtig, liebe Brüder und Schwestern, dass wir diesen geistlichen Kampf jeden Tag praktizieren und nicht aus eigener Kraft kämpfen wollen, sondern in der Kraft des Herrn und seines Geistes. Darum wollen wir auch bitten im Gebet, gleich in der Gebetgemeinschaft. Und entscheidend ist, dass wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus bleiben. Je weiter wir uns von Jesus entfernen, umso schwächer werden wir, je mehr wir mit ihm verbunden sind und wenn er in uns wohnt, umso stärker sind wir, denn es ist nicht unsere Kraft, sondern seine Kraft in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und es sagt auch das Wort Gottes, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. In Christus bleiben. Die fortwährende Reinigung, das habe ich schon gesagt, wir sollten immer alles bereinigen, möglichst vor dem Schlafen gehen, was zwischen den Menschen steht, unser Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern, Geschwister, wo wir es bereinigen können. Da lasst uns das nicht aufschieben, sondern möglichst bald tun. Und dann werden wir auch geistlich rein sein und dem Herrn begegnen können. Wort Gottes, Gebet, Gemeinschaft, Geist Gottes, das sind einige Eispiele. Bevor wir jetzt ins Gebet gehen, möchte ich noch zur stillen Zeit etwas verlesen. Eine kleine Geschichte, wie der Teufel versucht, Menschen abzuhalten vom Gebet. Das ist gerade jetzt auch in der Gebetswoche wichtig, wie der Teufel versucht, auch uns immer wieder abzuhalten vom Wesentlichen, vom Wort Gottes und Stille. Und dazu möchte ich diese Geschichte uns verlesen. Der unheimliche Auftrag. Satan berief eine Versammlung seiner Dämonen ein. In der Eröffnungsansprache sagte Satan zu seinen Dämonen, Setzt eure ganze Energie dafür ein, dass die Christen keine persönliche Beziehung zu Jesus entwickeln und dass sie nicht beten, nicht beten können, also auch nicht zur Gebetswoche gehen können. Weiter sagt Satan, wenn sie nämlich dieses intensive Verhältnis zu Jesus haben, dann ist unsere Macht über sie gebrochen. Wenn die Christen beten, sind wir, die Dämonen, in Gefahr. Lasst sie in ihre Gemeinden gehen, die Christen, lasst ihnen ihren Lebensstil, aber stehlt ihre Zeit, sodass sie keine intensive Beziehung zu Jesus Christus entwickeln können und auf keinen Fall beten. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt. Soweit sprach der Teufel. Nun, wie sollen wir das anstellen, fragten seine Dämonen. Die Antwort des Teufels beschäftigt sie konstant mit unwichtigen, mit unwichtigen Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens, um ihre Gedanken zu beherrschen. Überredet die Ehefrauen, sich ganz auf ihren Job zu konzentrieren und unendliche Stunden an ihrem Arbeitsplatz zu verbringen. Überzeugt die Ehemänner davon, jede Woche sechs bis sieben Tage zu arbeiten, jeden Tag zehn bis zwölf Stunden lang. So können sie sich ihren leeren Lebensstil leisten, ihren Materialismus. Haltet sie vor allem auch davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Bemüht euch, bis die Familien auseinandergebrochen sind. Stopft ihre Köpfe so voll, dass sie die sanfte Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Verführt sie dazu, dass sie beim Autofahren ständig Radio hören. Seht zu, dass der Fernseher, der CD-Player, das Smartphone, der Computer jede freie Minute eingeschaltet ist. Das wird allmählich ihre Gedanken vergiften und die Einheit und Verbundenheit mit Christus zerstören. Überschwemmt sie mit Zeitungen, Zeitschriften und Werbung. Bildet in den Zeitschriften schöne, schlanke Models ab, damit die Ehemänner immer mehr glauben, dass äußere Schönheit das Wichtigste ist und sie ihre eigenen Frauen unattraktiv finden. Auch das wird dazu beitragen, die Familien wirksam zu zerstören. Lasst sie auch in den Ferien nicht zur Ruhe kommen. Seht zu, dass sie sich nicht an der Natur, an der Schöpfung erfreuen und auf keinen Fall Gottes Schöpfung bewundern. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, in Sportveranstaltungen, in Konzerte und Kinos. Euer Ziel muss sein, dass sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt sind. So haben sie keine Zeit für Gott. Wenn sie sich mit anderen Christen treffen, dann lasst sie nicht über Gott sprechen, sondern füllt ihre Gespräche mit Glatsch und Smalltalk, also unwichtigen Dingen. Vor allem, das ist immer noch die Rede Satans, nicht meine Empfehlung, natürlich. Vor allem, so sagt Satan, sage ich euch immer wieder, haltet sie davon ab, dass sie Zeit zum Beten finden, Zeit, um Gott zu loben und zu preisen. Ich kann das Gejaule nicht ausstehen, sagt der Teufel. Lasst sie, lasst ja nicht ab in euren Bemühungen. Sie müssen immer überbeschäftigt sein, damit sie keine Energie haben, um eine Evangelisation zu veranstalten, um Straßeneinsätze zu machen und um damit Seelen für Gott zu gewinnen. Wenn sie dann keine Zeit mehr finden, um die Beziehung zu Christus pflegen zu können, dann liefert ihnen für diesen Zeitmangel so viele gute Entschuldigungen wie möglich. Wenn sie für das Wichtigste dann keine Zeit mehr haben, das heißt, sich keine Kraft mehr von Gott holen im Gebet, werden sie bald aus ihrer eigenen schwachen Kraft leben und ihre Gesundheit, ihre Familien für die gute Sache opfern. So war die Rede Satans. Und dann heißt es noch, es war ein tolles Treffen. Neu motiviert gingen die Dämonen an ihren Auftrag, die Christen überall auf der Welt noch mehr als bisher mit nebensächlichen Dingen zu beschäftigen und von einem Termin zum anderen zu jagen und ihnen einzuflüstern, sie müssten hierhin und dorthin rennen und dies und das unbedingt noch tun, nur nicht beten und nur nicht missionieren. Soweit diese Geschichte, die wirklich eine wahre Geschichte ist, denn sie findet jeden Tag millionenfach statt, oder nicht? Und prüfen wir uns selbst, sind wir auch Opfer Satans oder sind wir Diener Jesu Christi? Amen. Lasst uns knien und wer nicht knien kann, darf auch stehen oder sitzen und beten. Ich schließe dann ab. Tschüssi. Verschaffe mir Gott ein reines Herrn. Verschaffe mir Gott ein reines Herrn und der Leure in mir einen festen Geist. O verwirr mich tief um deinen Wagen gesiegt und nimm deinen heilen Geist nicht von mir. Der Leure in mir die Freude deinem Salz. Der Leure in mir die Freude deinem Salz. Verschaffe mir Gott ein reines Herrn. 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 Verschaffe mir Gott ein reines Herrn.